Hallo meine Hübschen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und von Suki! Suki ist nämlich heute der Protagonist, der Star dieses Videos. Setz dich mal zu ihr runter. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht und ihr habt euch unbedingt ein Video mit der kleinen Maus hier gewünscht. Deswegen kommt es heute. Ich werde heute mal den ganzen Alltag von Suki filmen, was wir so machen, was für Sachen sie hat und wie das Ganze abläuft. Was sie ist und wir werden ihr auch heute gemeinsam noch die Haare scheren müssen, weil ich gestern die Haare an ihrem Kopf geschnitten habe. Aber das fällt noch nicht. Das heißt, sie sieht jetzt ein bisschen übergewichtig aus, weil ihr Körper hat natürlich voll viel Haare und ihr Kopf hat jetzt weniger Haare und sieht im Verhältnis voll klein aus. Deswegen wird das heute auf jeden Fall noch stattfinden. Oh, die kleine Maus ist auf jeden Fall noch ganz müde. Ich war gerade schon mit Suki unten im Garten. Also es ist nicht unser Garten, sondern quasi von der Wohnung hier, der Garten. Den können alle Leute gemeinschaftlich nutzen. Da lasse ich sie in der Früh immer als erstes, wenn wir aufstehen, einmal runter Pipi machen. Und dann geht es ungefähr eine Stunde, nachdem wir aufgestanden sind, erstmal eine Runde Gassi. Dazu muss ich Suki natürlich erstmal ihr Geschirr anziehen. Das ist eins ihrer Geschirre, was wir aktuell nutzen. Das haben wir beim Futterhaus gekauft. Das ist von der Marke Pat Lando. Und die Größe ist, glaube ich, Größe S. Fein, Schatz. Und dann packe ich die kleine Maus auch schon so ins Auto und dann geht sie los. Und jetzt sind wir auch schon hier an Sukis Gassi-Stelle. Sie weiß ganz genau, dass es jetzt gleich rausgeht. Geh, Schatzi. Jetzt geben wir erstmal eine kleine Runde Gassi. Komm her. Ja, fein. Und jetzt wird erstmal gepullert. Was ganz praktisch ist, hier bei dieser Gassi-Stelle, hier gibt es auch gleich schon Hundetüten. Dann nehmen wir auf jeden Fall eine mit für Sukis großes Geschäft. Geh. Ja, was hast du denn da gefunden? Da knabbert sie jetzt hier in dem Maisfeld rum, auf diesen alten Maisdingern. Die brauchen mich immer was zu beißen, die kleine Maus. Ich schmeiß dir mal so ein Ding. Suki liebt es, hinter Bällen und Stöcken hinterher zu rennen. Das ist echt so ihr Hobby. Das hier ist dann auf jeden Fall die erste Gassi-Runde des Tages. Das ist nicht meine Lieblingsrunde quasi. Aber die ist halt einfach super schnell hier. Und hier hat man auch immer seine Ruhe. Hier sind nicht so viele andere Runde, nicht so viele andere Menschen. Kann man echt super entspannt. Und Gassi-Gehen hier hinten ist auch noch ein Sonnenblumenfeld. Und im Sommer sind hier so Maisfelder. Also im Sommer ist es viel, viel schöner. Ja, gestern hat es richtig heftig geregnet und ich habe noch keine Funktionskleidung zum Gassi-Gehen. Also wenn man sich einen Hut zulegt, da braucht ihr auf jeden Fall Gummistiefel und einen Regenmantel und einfach so Funktionskleidung. Ich bin dann mit so einer Pufferjacket quasi Gassi gegangen und ich war komplett durchnässt. Also das muss ich mir auch noch zulegen. Ja, fein. Ja, fein, Schatz. Fein. Wir sind zu Hause angekommen vom Gassi-Gehen. Natürlich hat Suki jetzt mega die dreckigen Pfötchen, deswegen. Deswegen wartet die Kleine schon mal hier in der Dusche und wir duschen jetzt einfach ein bisschen die Pfötchen ab. Da hast du immer gar keinen Bock drauf, stimmt Schatz? Erstmal das Geschirr abmachen. Fein. Boah, kommt da viel Dreck raus. Boah, kommt da viel Dreck raus, mein Schatz. So flieb, so flieb. So rennst du überall rum. Super. So, guck mal her. Fein. Dann werden die kleinen Pfötchen noch ein bisschen abgetrocknet mit einem Handtuch. Ja, extra dein eigenes Handtuch. Und dann gibt es ein Leckerli zur Belohnung. Das hast du fein gemacht, Suki. Das lässt du echt mittlerweile sehr gut über dich ergehen. Am Anfang war das echt ein bisschen Zirkus. Nach dem Essen gehen bereite ich dann die erste Mahlzeit für Suki zu. Die kleine Maus kann jetzt erstmal ein bisschen chillen und erstmal ein bisschen abtrocknen quasi. Ich zeige euch mal, was wir ihr zum Essen machen. Also wir barfen sie, aber sie kriegt noch ein paar andere Sachen dazu. Pudel sind generell sehr wählerische Esser und wir müssen ihr das echt immer richtig schmackhaft machen, dass ihr das schmeckt, weil sonst isst sie es einfach nicht. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal, was wir Suki alles so zum Essen geben. Also beim Barfen gibt man ja immer rohes Fleisch. Wir kaufen hier immer dieses Öko-Hackfleisch, tiefgefroren. Das hält ziemlich lang. Das kostet hier 3,58 Euro. Ich würde sagen, das reicht ungefähr für so drei Tage oder so. Also Suki isst ja nicht so viel, also für insgesamt sechs Portionen. Dann gibt es ein bisschen körnigen Frischkäse für den Geschmack und dann Gemüse. Wir haben hier so Kaisergemüse ein bisschen. Das kommt natürlich auch mal beim Barfen dazu. Und dann nehmen wir hier zum Beispiel Kokosöl. Sonst nehmen wir auch manchmal Leinöl. Da sind auch viele Omega-3-Fettsäuren drin. Eier bekommt sie ab und zu, aber nicht roh, sondern angebraten. Und dann gibt es noch eine mini kleine Portion von diesem Futter hier. Der Herzenshund, das ist mit Ente und genau, da bekommt sie halt auch ein bisschen was für den Geschmack. Weil nur das hier, das hier und das hier würde sie einfach nicht essen. Und ich finde, man sollte auch generell am Hundefutter nicht sparen, weil Hunde können genauso Krebs und andere Krankheiten bekommen wie wir Menschen. Und da kommt halt leider sehr vieles vom Essen. Also kauft wirklich nicht dieses Cäsar oder so, dieses billige Essen, weil da sind echt nur die Reste drin und auch Gedärme und also wirklich gar nicht gute Sachen, die man dem Hund echt nicht geben sollte. Und ja, das sind einfach nur Reste aus der Industrie. Und ich finde, da sollte man echt nicht sparen an seinem Haustier, weil sonst kann es halt einfach sein, dass das Tier früher stirbt oder dass man halt irgendwelche teuren Operationen oder Behandlungen machen muss. Und ich glaube, das will niemand. Deswegen geben wir da gerne mehr Geld aus, weil ich meine, für meine Kinder würde ich ja auch nicht das Billigste geben. Und Suki ist ja wie mein Kind. Genau, so denken halt Julien und ich ein bisschen. Na Suki, wartest du schon auf dein Essen? Du riechst schon das leckere Ei, gell, wie es angebraten wird. Hier ist nämlich eines von Sukis Körbchen. Das ist hier so im Eingangsbereich bei uns. Und da wartet sie dann immer, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind oder so. Oder sie legt sich mal hin, wenn sie ein bisschen chillen möchte, weil sonst liegt sie immer unter der Couch. Sitz. Fahr hin. Schau. Und weiter. Weißt du was, mein Bibi? Wir müssen dir jetzt mal gleich die Haare schneiden, weil du schaust, oh, sieht ein bisschen komisch aus. Mein Körper ist so dick und dein Kopf ist so dünn. Das müssen wir jetzt mal angleichen, auch wenn du es nicht magst. Die Haare muss man auch regelmäßig kürzen, weil wenn die Haare zu lang sind, dann können die sich bei Pudeln sehr schnell verfilzen. Und ihr wisst ja vielleicht schon, dass Pudel allergische Hunde sind. Das heißt, die haben auch kein normales Fell, wie zum Beispiel Labrador, Husky oder andere Hunderassen, sondern die haben wirklich Haare, wie wir Menschen. Und deswegen wachsen die auch ganz normal. Die muss man dann immer scheren, weil sonst würden die echt drei Meter lang werden und halt komplett zu einem Fellknoll zusammenwachsen quasi. Und deswegen schneiden wir der Suki so alle zwei bis drei Monate die Haare. Sie war auch schon mal beim Hundefriseur. Aber man kriegt da auch total schwer einen Termin und wir haben schon so eine Schermaschine uns zugelegt. Deswegen schneide ich ihr jetzt die Haare zu Hause auf den Balkon. Bist du nicht begeistert davon? Boah, die will einfach in Ruhe gelassen werden und spielen mit dem Balli. Balli. Balli? Das spielen wir später mit dem Balli. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon mal Kleidung angezogen, die dreckig werden kann und voller Hundehaare. Dann habe ich hier noch so eine Bürste. Damit werden wir jetzt erstmal die Haare kämmen. Jetzt werden wir erstmal die Härchen ein bisschen gekämmt. Dafür gibt es jetzt erstmal eins von Sukis Lieblingsleckerlis. Snack Attack von Granata Pet. Das sind wie so kleine Steakstückchen. Ja, die liebst du, gell? Und das hier ist unsere Schermaschine. Die ist von Mosa. Die habe ich auch beim Futterhaus gekauft. Ich habe mich da auch beraten lassen. Das soll wohl die beste sein. Die gibt es, glaube ich, auch für 100 Euro oder so bei Amazon. Kann ich euch gerne mal verlinken, so wie alle anderen Sachen, die ich im Video verwende. Ja, und jetzt geht es ran an den Speck. Ja. So, das hier ist jetzt erstmal runtergegangen mit dem ersten Gang. Jetzt verwende ich mal den bisschen kürzeren Aufsatz. So für die Beine und für den Bauch. Das war jetzt alles, was runtergekommen ist. Ich benutze jetzt noch hier so eine Affilierschere und so eine Schere, um einfach noch die Feinheiten zu machen. Zucki, schau mal. Da ist deine kleine Schwester. Süß siehst du aus. Süß siehst du aus. Also ich finde, es ist eigentlich ganz gut geworden. Ganz, äh, ja, ganz okay. Also ich finde, es ist eigentlich relativ gut gelungen, Sukis Haarschnitt, oder? Suki, du hast einen neuen Haarschnitt, hä? Ja. Das sind übrigens Sukis zwei Lieblingsspielzeuge, Kuscheltiere. Einmal hier so ein süßer Hund, den gibt es bei Ikea. Und einmal hier so ein Häschen. Spielen wir ein bisschen, hm? Spielen wir ein bisschen. Du wilder Tiger. Du wilder Tiger. Ich habe mir jetzt auch noch einen kleinen Snack gemacht. Und zwar habe ich mir zwei Avocado-Toasts gemacht. Also ich zermansche immer die Avocado, schneide dann so eine halbe rote Zwiebel ganz klein rein und, ähm, ja, gebe noch ein bisschen Salz dazu. Das sieht dann so aus und ist auch echt richtig, richtig lecker. Und ich habe da noch so ein Gewürz drüber gemacht. Das ist von Just Spices Avocado Topping. Keine Werbung an dieser Stelle. Aber das ist einfach echt richtig lecker. So sieht das nämlich aus. Und das macht echt nochmal einen krassen Unterschied, finde ich. Schmeckt viel besser damit. Und, ab! Ja! Weil heute ja Sukis Tag ist, werden wir eine kleine Sache machen, die ihr auch super viel Spaß macht. Und zwar befindet sich die Sache hier drin. Hier sind noch die ganzen Spielsachen von Suki. Aber auch dieses gute Stück hier. Das nennt sich Schnüffelteppich. Das kennst du schon, gell? Mach mal sitz. Ja, brav. Und zwar verstecke ich hier dann so Leckerlis drin und die muss Suki dann suchen. Mach mal kurz sitz. Ich verstecke jetzt mal die Leckerlis hier drin. Du darfst sie noch nicht suchen. Erst wenn ich sagte, dass sie suchen. Das macht Spaß, geh Schatz. So, Suki. Schau und weiter. Fein. Die kleine Maus hat gerade ein kleines Schläfchen gemacht. Und bei uns ist es jetzt auch schon nachmittags. Das heißt, es ist Zeit für die zweite Gassi-Runde am Tag. Da fahren wir jetzt zu einem ganz, ganz schönen See. Da liebt es Suki spazieren zu gehen. Und ich nehme ihr auch den Ball mit. Und hier drin befindet sich auch schon der kleine Balli. Schaut euch mal Sukis Blick an. Das ist wirklich Sukis große Liebe. Der Balli. Julian und ich, wir nennen diesen Ball nicht mehr Balli vor Suki, sondern wir nennen ihn nur noch Mr. Blue. Dann weiß Suki nämlich nicht, über was wir reden. Weil immer wenn wir dieses Wort Balli sagen, dann rastet sie einfach komplett aus. Und der Balli ist ja ihre große Liebe. Deswegen nicht Mr. Big, wie von Sex in the City, sondern Mr. Blue. Dann ziehe ich Suki jetzt erst mal ein Mäntelchen an. Sie hatte das hier... Hey, du Frechdachs. Dann ziehe ich Suki jetzt mal ihr Mäntelchen an. Kein Geschirr, sondern ein Mäntelchen heute mal. So sieht das Ganze aus. Das hatte sie noch nie getragen. Aber ich denke, heute ist mal der erste Tag. Und wir können das alle mal zusammen hier einweilen, das Mäntelchen. Ich weiß schon, Suki. Ich weiß, du willst nur den Balli. Und alles andere ist egal. So. Oh, bist du süß. Wie soll ich das Geschirr runterziehen? Oh, du kleine Hai. Du siehst echt süß aus mit deinem Mäntelchen. Schaut euch das mal an. Das hat hier so eine Kapuze mit Öhrchen. Und einen kleinen Bommel. Und man hört sie dann immer. Den kannst du nicht abhauen. Den kannst du nicht abhauen. Ich höre dich dann immer. Und wir sind angekommen am See. Das hier ist unser absoluter Lieblingssee. Suki ist richtig aufgedreht, Alter. Suki, was ist los? Ich glaube, die weiß irgendwie, dass ich den Mr. Blue dabei habe. Ich glaube, die riecht es. Na, du kleiner Störenfried. Du weißt, dass ich den dabei habe, gell? Du weißt es. Schaut euch das an, wie schön das hier ist. Gehen wir mal runter zum See, Suki. Irgendwie habe ich das Gefühl, Suki wird keine Ruhe geben, bis ich ihr den Mr. Blue gebe. Boah, die hat reagiert auf den Namen. Die ist so schlau. Ich weiß ganz genau, dass ich den dabei habe. Oh Mann, Suki hat mich einfach durchschaut. Gut, da muss ich ihn ja jetzt wohl schmeißen. Wie kann man eigentlich so gierig gucken? Soll ich ihn mal richtig schön schmeißen? Ja, hol den Mr. Blue! Den gibt es jetzt nicht mehr her. Zu lang musste sie auf ihn warten. So, Suki geht erstmal schön die ganzen Gänse vertrieben. Für Frechdachs. Ich liebe es einfach nur hier... Ey, immer wenn ich mit der Kamera rede, dann bellt sie. Ich glaube, die ist eifersüchtig. Sie sagt so, spiel mit mir, spiel mit mir, red nicht mit der Kamera. Was ich sagen wollte, ich liebe es irgendwie bei diesem Wetter rauszugehen. Es tut echt richtig gut. Solltet ihr auch machen, auch wenn ihr einen Hund habt oder nicht. Das ist einfach eine super... Ja, bringt einen einfach richtig gut runter. So ihr Lieben, ich werde mich jetzt noch mit einem Tee auf die Couch chillen und diesen gemütlichen Tag ein bisschen ausklingen lassen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr mal so einen kleinen Einblick in den Alltag von Suki bekommen habt. Wenn ihr noch mehr Videos mit Suki sehen möchtet oder wenn ihr zum Beispiel mal alle Sachen sehen möchtet, die ich für Suki habe, also ihre Spielsachen, ihre Leinen, ihre Geschirre oder die Leckerlis, alles mögliche, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr Videos mit Suki haben möchtet. Mir hat das Video auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, es konnte euch auch ein bisschen unterhalten. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns einfach am Sonntag auf meinem Hauptkanal oder am Mittwoch wieder hier bei Abort Sophia. Macht's gut, bleibt gesund, meine Lieben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao!